So. Dann machen wir weiter hier mit dem ganzen Spaß. Und zwar, wo ist mein Quip? Hier ist mein Quip. Nochmal ein paar iPad-Leaks. Die sind auch erst heute, glaube ich, aufgetaucht. Aber Tim hat sie noch mal reingenommen. Ist ja auch gut. Sag du mal, ich finde es eigentlich traurig und schade. Ja, also es gibt wohl angeblich sind es neue Leaks zu den drei neuen iPads. Und zwar natürlich iPad Pro, iPad Air und dann haben wir hier natürlich das iPad Mini, das wie wenn man jetzt in dem zweiten Bild sieht, angeblich keinerlei Redesign bekommt. Also vielleicht sind die Ränder ein bisschen dünner. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht 100% sagen. Aber halt immer noch mit physischem Homebutton unten. Das wäre tatsächlich ultra traurig und würde mich fast schon auch ein Stück sauer machen. Weil zuvor gab es ja quasi die Info von Minchiko, dass das so 8,5 bis 9 Zoll sein soll. Also eigentlich größer. Deswegen wurde ja vielleicht ja auch von mir erwartet, dass es dann im iPad Air Design halt kommt, im neuen iPad Air 3. Aber ja, das sind angeblich jetzt quasi die Test Units. die Testgeräte. Ich fände es ultra traurig. Das wäre ja richtig kacke. Kann ich mich wirklich nur anschließen. Wir haben es ja schon mir einfach verleuten lassen hier, dass wir wirklich Fans des Minis wären, wenn es in dem neuartigen Design kommt. Ja, schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Es könnte sein, dass es nicht so ist. Ja, was wirklich schade wäre. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, das Mini, das Letzte, ist es das, was du hast, ne? Das fünfte, fünfte Generation? Genau, das fünfte hab ich, ja. Das steht ja eigentlich noch ganz gut da. Also wenn sie das jetzt mit dem A14-Prozessor oder A14X oder was auch immer ausstatten, ich weiß nicht, ob das Leute wirklich interessiert. Also es kann ja trotzdem penzeln, es kann den ganzen Kram. Was soll da, ähm... Ich denke, Schwierigkeitsboost würde das niemanden hinter dem Ofen hervorlocken. Das iPad ist absolut noch schnell, es macht alles, was ich will, so. Hat halt immer noch quasi den ersten Pencil als Unterstützung. Es wäre halt auch überdumm, den quasi weiterzuziehen, statt halt dann das Redesign zu machen und den Pencil zweite Generation auch für das iPad Mini nutzen zu können. Ich kann nur hoffen, dass es nicht so kommt, aber es würde Apple auch nicht keine Ahnung, ähnlich sehen, dann einfach zu sagen, ja, das ist das neue iPad Mini 6, es hat sich nichts geändert, es ist nur ein Prozessor drin, der so schnell ist wie der M1. Das bringt euch nichts, aber viel Spaß damit. Tschüss. Wäre wirklich bitter, wenn die Pros, also vor allem jetzt auch die mal vom Mini mal weg, aber wenn die Pros jetzt wirklich, wir sind uns ja einig, dass vor allem das 11er Pro recht blöd draufsteht, seitdem es das R gibt, das haben wir ja schon mehrfach jetzt gesagt. Also wenn das jetzt wirklich dann nur einfach so ein Speckbump ist und jetzt haben wir übrigens hinten sieht der Kamerabubbel jetzt ein bisschen anders aus und ja, das war es dann wieder. Ich weiß nicht, also das wäre schon wirklich nicht sinnvoll, so ein Jahr danach, nachdem das, nachdem das, die erste Generation quasi rauskommt, also die Generation davor, die Pro-Generation mit LiDAR-Sensor und so. Also da muss schon irgendwie was passieren, also auch wenn die Thunderbolt hätten würde, das glaube ich auch niemanden wirklich jetzt so krass begeistern, dass man sagt, da lohnt sich ein Upgrade. Ganz kurz, weil ich das gesagt hatte, das sind natürlich die beiden iPad Pros, also das 12.9 und das 11 Zoll, nicht das iPad Air, weil das ist ja gerade erst rausgekommen. Was ich gerade sehe, also erstens passen die Silbertöne natürlich gar nicht zueinander, so, weil das iPad Mini ist halt immer noch in diesem anderen Silber. Das ist Space Gray, oder? Ja, Space Gray, klar. Und nur bei dem 11 Zoll sind diese Pogo-Pins unten, bei dem 12er nicht. Ja, da steht in dem Artikel auch drin, dass es eventuell da liegen könnte, weil das halt irgendwelche Dummies oder halt irgendwelche Dings sind. Ich zeige das hier nochmal ganz kurz, dass man das gut sieht. Ja, das, weil das sieht jetzt auch nicht aus wie ein Smart-Connector. Ja, eigentlich ist es nur so reingeritzt oder so. Ja, also kann sein, dass das, ja, keine Ahnung. Also es wäre wirklich sehr, sehr schade, das wird, glaube ich, viele Leute enttäuschen. Verschenkte Möglichkeit einfach. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich hätte geupgradet safe, so, so warte ich halt einfach ab. Aber hätten sie jetzt das neue iPad Air Mini rausgebracht, hätte ich safe, wäre das auf jeden Fall gekauft gewesen. Ja. Ja, wir warten weiter ab. Es ist ja nur langsam, die Spannung ist ja, also das geht ja wirklich schon ewig, dass wir jetzt irgendwie warten, dass mal irgendwas passiert. Aber eventuell sehen wir ja dann bald doch mal ein Event oder eine Pressemitteilung. Ja.